Trader, Deutschlands Fachversand für Magic und Yu-Gi-Oh! Heute mit einer anderen Präsentation und zwar, das sind natürlich alles Produkte, die ihr jetzt auch bei uns im Shop kaufen könnt, aber das sind Liga-Preise. Was für Liga-Preise, werdet ihr euch fragen? Wir machen ja monatlich, schon seit Jahren, schon seit über 10 Jahren oder was machen wir in Deutschland, kontinuierlich Deutschlands größten monatlichen Magic-Event mit mehreren Magic-Turnieren, die angeboten werden vom Pre-Release über Grand Prix-Trial, von den Formaten her, Standard, Legacy, Modern ist jetzt mit dabei, mal ein Highlander, mal ein Vintage, Booster drauf, Zieltec, eigentlich die breite Palette und wir belohnen die Spieler für die regelmäßige Teilnahme. Wir haben schon seit Anbeginn der Zeit praktisch die Trader-Liga ins Leben gerufen, die gibt es schon ganz lange und diese Trader-Liga, die belohnt die Spieltreue, weil halt die Top-Spieler ja sowieso immer schon Tagespreise mit nach Hause nehmen, auch da gibt es natürlich fette Preise, aber es gibt extra Liga-Preise für die Spieler, die eigentlich vielleicht auch das ganze Jahr über nicht ein einziges Mal einen Preis gewonnen haben, aber regelmäßig kommen, Spaß an Magic haben, Freunde treffen, ihr Deck zocken und die wollen wir belohnen, für die Teilnehmer wollen wir uns bedanken und genau für euch, für diese Spieler, die einfach vorbeikommen, ihrem Hobby frönen, Spaß am Spieler, für euch ist die Liga und da freue ich mich diesmal, weil wir jetzt ja einen YouTube-Channel haben, präsentieren wir mal einmal ganz kurz die Liga-Preise auf dem Channel. Letztes Jahr gab es das Ganze in Schwarz, jetzt haben wir mal einen Trendwechsel, haben gesagt, jetzt nehmen wir mal andere Farben, ihr bekommt wieder eine richtig coole, das sind halt auch Sachen, früher gab es Einzelkarten oder Booster und dann sagt ihr, die Karte habe ich aber schon und so, jetzt haben wir uns entschieden, es gibt Produkte, die jeder Spieler braucht, einfach immer wieder, denn es gibt ja immer mehr und mehr Karten und da kriegt ihr richtig coole Sachen. Ihr habt hier den Flexfolio-Binder, den gibt es, ist so ein Sammelordner, richtig cool, der fasst halt 360 Karten, wenn man sie einfach steckt, hier so schön, werden seitlich reingesteckt mit diesem Verschluss hier, kann man den ganz cool mitnehmen, ich finde den richtig stylisch und Karten, ich habe mal zufällig eine ausgewählt, die werden dann hier so seitlich reingeschoben und dann kann man damit auf Reise gehen und kann da entsprechend die Karten zum Tauschen mitnehmen, entsprechend, was braucht der Magic-Spieler noch? Der Magic-Spieler braucht Hüllen, da haben wir dann entsprechend hier einmal 50, zweimal 50 Hüllen mit dabei, dann habt ihr hier die ganz normalen, durchsichtigen Hüllen mit dabei und um das Deck auch noch reinzupacken, führst du hier noch eine Kartbox, da passt das Ganze rein, richtig cool und wie gesagt, es ist als Belohnung, jedes Jahr gibt es das, die Liga fängt jetzt gerade wieder an, Spielort ist in Dülmen, Nordrhein-Westfalen, im Golpinghaus, die Infos findet ihr bei uns auf Facebook, auf der Trader-Seite, unter der Rubrik Turniere stehen auch die ganzen Turnierankündigungen immer mit dabei und noch weitere Informationen zur Trader-Liga natürlich auch, wir selber sind auch mit einem Verkaufsstand da vor Ort vertreten, also insofern lernt ihr es auch mal persönlich kennen, wenn ihr wollt, machen da Karten, Ankauf, Karten, Verkauf und wie gesagt, es gibt immer Standard als Turnierformat, es gibt immer Legacy als Turnierformat und dann halt mal ein Pre-Release oder Modern wird sich jetzt vielleicht etablieren und das Ganze ist halt auf gesunde Füße gestellt, denn es steht unter dem Motto Spielen und Freunde treffen in angenehmer Atmosphäre, die bieten wir euch im Golpinghaus, Verpflegung für Verlegung ist auch gesorgt, alle Spieler sind richtig nett, viele kommen schon seit Jahren vorbei, also habt da keine Angst und wie gesagt, wenn ihr, das ist ja das Tolle, wir bieten 11 Turniere im Jahr an, wenn ihr 6 Turniere im Jahr mitspielt, seid ihr als Dankeschön in der Liga-Ausschüttung mit dabei, könnt ihr mit dem Startgeld gegenrechnen, könnt ihr mit den Spritkosten gegenrechnen, ganz egal, Hauptsache ihr kommt, ihr habt Spaß, ich freue mich auf euch, vielen Dank, habt Spaß damit, alles Gute, ciao!